Ihr seid auch unsicher? Auf der einen Seite sucht ihr ein smartes mobiles Steuerungssystem für eure Schallenwerfer und auf der anderen Seite vermisst ihr die bessere Handhabung und Robustheit von Hardware-Controls? Warum nicht beides? Wie das geht erfahrt ihr in diesem Video und damit herzlich willkommen zum fünften Tutorial in dieser Reihe. Heute zum Thema MIDI-Controller. Ich habe eine kleine Auswahl an MIDI-Controllern hier. Den Behringer X-Touch Compact mit motorisierten Federn, den Akai APC40, den MIDI-Kraft-Mix und den Ampere-Control. Alle vier Controller können per USB direkt oder per Lightning-Adapter am iPad angeschlossen werden. Das Ampere-Control bietet zusätzlich MIDI über Bluetooth an. Dafür benötigt man aber die Ampere-Control-App oder die MIDI-Mitre-App, da StageStat keinen direkten Bluetooth-Support bietet. Diese Apps agieren dann quasi als Proxy. Eingeschränkt können die Controller auch über MIDI-Netzwerk verwendet werden, wenn sie über einen Computer, idealerweise Apple, verbunden sind. Dafür muss man ein MIDI-Routing erstellen. Ich öffne dazu die MIDI-Netzwerk-Konfiguration, verbinde das iPad und rote das Behringer X-Touch als Eingangsgerät in die Netzwerk-Session. Jetzt verbinde ich auch noch StageLight mit der MIDI-Netzwerk-Session. Der Nachteil ist, dass man hier nur ein Routing in eine Richtung anlegen kann. Damit gibt es keinen Rückkanal und somit keine Unterstützung für motorisierte Federn und das Ansteuern von LEDs im Controller. Für die Konfiguration schließe ich das X-Touch per USB am iPad an. Für das X-Touch gibt es ein vordefiniertes Profil, was folgendermaßen belegt ist. Mit den 8 Kanälen sind die ersten 8 Kanäle des iPads verbunden. Wenn ich mehr als 8 Kanäle verwende, muss ich verschiedene Seiten verwenden. Über den Control-Button kann ich die Scheinwerfer einstellen. Über die Knops kann ich die jeweiligen Kontrolls steuern. 3 bei RGB, 2 für Pan und Tilt und so viele wie notwendig für alle anderen Kontrolls. Über den Control-Button beende ich den Einstellungsdialog. Ich kann das Cue-Recording hier starten und Cues speichern. Der große Vorteil des X-Touch sind neben den Endlos-Encodern die motorisierten Federn. Wenn ich zwischen den Pages hin und her springe oder Cue-Listen aktiviere, passen sich die Feder automatisch an. Das Akai APC40 und der Midi-Kraft Mix haben schöne farbige LEDs, die je nach Sicht und Funktion unterschiedlich farbig leuchten. Ich sehe hier zum Beispiel, welche Cues bereits existieren und ich kann weitere Cues hinzufügen. Neben den Profilen könnt ihr auch manuell eigene Midi-Controller konfigurieren. Dazu wählt man eine Aktion aus, verwendet dann das entsprechende Control und damit werden beide verknüpft. Das Einstellen der Scheinwerfer und das Speichern der Cues und Cue-Listen funktioniert nur in den vordefinierten Profilen. Da die Controls mehrfach in den verschiedenen Sichten mit unterschiedlichen Funktionen verwendet werden. Verwendest du Midi-Controller mit StageLight? Wenn ja, schreib es mir doch mal in die Kommentare welchen. Wenn nein, dann solltest du das unbedingt mal ausprobieren. Auf meiner Hardware-Produktseite habe ich die Geräte aus dem Video verlinkt. Im nächsten Tutorial geht es um ebelten Link und auch nochmal um Midi. Ich zeige euch, wie ihr mit einer DHW- oder DJ-Software Cue-Listen in StageLight synchronisieren könnt. Damit ihr das Video nicht verpasst, unbedingt den Kanal abonnieren. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es neue Features in StageLight gibt. Bis zum nächsten Mal, euer Marco von StageLight.